In der Bestbesetzung antreten hier. Nicht das gewohnte Abtasten. Dominanz am Tisch zeigen. Aufschlagen. Aufschlagen. Bisher läuft es gut. Wie Michael Mays den Ball hier ins Spiel bringt. Schauen Sie das an, wie viel Sidespin. Und dann knallhart hinterher. Bei Borussia hat Düsseldorf gespielt. Der Verein. Und jetzt vier Satzbälle, um mit 2 zu 0 in Führung zu gehen. Schauen Sie mal, der kurze Stopp. Der Ball. Und der kommt von ganz hinten. Gegen Christian Wyss jeweils mit 1 zu 0 in Führung. Tor. Den gesamten Radius. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Michael Mays. Ebenfalls ein Rückzieher macht von der Doppelkonkurrenz. Der Ball. Der Ball. Der Ball. Der Ball. Der Ball. Geschmeidiger. Wieder schnell und wieder. Michael Mays. Absolute Weltklasse. Diesmal mit der Rückhand. Man muss ihm gratulieren. Welch eine Vorstellung. Der Mann ist in absoluter Topform.